hallo und herzlich herzlich willkommen bei carnavores wir starten wieder in dieser rubrik auf dieser karte wir haben letztes mal diese fußstapfen freigeschaltet oder ausgerüstet vielleicht schauen wir das jetzt diesmal besser ja letzte folge war ich sehr ruhig aber vielleicht wird das jetzt diese so sollte auch mal drücken ich habe ein bisschen mehr konzentrieren ein bisschen mehr reden vielleicht ja briefe heizkuchen erstmal müssen wir da da haben wir schon mal ok so müssen wir mal gucken wie wir das am besten die schüsse setzen um die besten punkte zu kriegen die kleinen die kriegen wir nicht es ist ja auch nicht ganz so schlimm das ist wenn wir mal kriegen ja mein großer ich sehe nix und großer und wie nun da haben wir ihn ja zwei schüsse so mein großer 13 das ist diese riesen keule die ich mal erzählt hab da ok haben wir die ersten 13 punkte haben wir schon mal neun der läuft schon wieder weg ok so laufen noch mal weiter und gucken was wir noch so finden hier ah diese moskitos hier immer hier haben wir noch ein skelett skelett was für einer ist das denn was für ein skelett ja was groß ist auf jeden fall so ach ich bin hier hoch komm ich aber nicht und da haben wir noch so einen wieder hm 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 ach da hm 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 würde ich sagen einschläfern wollen jetzt zwar punkte haben was haben wir denn da ein parasaurus ich nenne den jetzt so weil es einfacher den armer sind wir hier unter hier drunter sich oder kommen die anderen auch drunter müssen auch nein hat diese musik müssen wir schon da ist einmal vollends in den hintern jetzt haben wir ihn verloren aber wir haben ja Fuschstapfen glaubt der hinten lieferne haben wir denn den carnitosaurus siehst du hier haben wir die Fuschstapfen so ist er hier lang gelaufen nach den Spuren aber Quark war das jetzt ein Frosch oder wat ja scheint wohl so 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 wir haben wieder viel zu viele munition verschwunden ach die munition haben wir noch wir müssen da diese richtung irgendwie kommt denn unsere nähe nach so 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 Was ist denn? Hä? Der war doch hier! Ach hier ist er! So! Oh, alle! So! Mhm, mhm, mhm. Vier Stück. Oh, wir haben ja nur... ...ein. Was haben wir bei dem hier? Kann man das auch schon sehen? Schläft der denn noch, oder? Ja, der schläft noch. Wie viel Stehen haben wir denn bei dem hier? Zwei. Kommt das drauf an, wie... ...was für eine Empfehlung wir auch noch schießen? Ja, aber ein kleiner... ...ein großer, eher gesagt, ne? Ja, die haben wir nämlich aus einer weiten Entfernung. Ja... Hm? So... Wo gehen wir denn jetzt mal lang? Gehen wir da hin ein? Wie? 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 So... Bin schon voll angespannt. Bin da ist einfach, die mich nicht ruhen sollen. Wie? 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 Ja... trotzdem ok na du ne, ich wollte gucken wie viele so aber sie sind ja noch eingeschlafen wir wollen die ja nicht umbringen wir sind ja vorschau wovon ach der ist auch schon so 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 da haben wir ihn da läuft er so, fünf die sind immer zu schnell weg die kleinen, ich glaube die kann man irgendwie nicht da haben wir ihn so 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 Nix! Was ist denn los? Wieso geht das denn nicht? Ich will den doch hören! Bin ich halt irgendwo zu nah dran oder was? Jetzt! Schnell weg hier! Ah, wir haben ja noch 20 Sekunden! Weeeee! So! Haben wir da schon ein paar Punkte gemacht! Wow! 59! 50! 13! Hm, okay! 18! Und 23! Okay! Ja! Wir sind doch schon wieder zurück! Okay! Was können wir denn hier machen? Kann man bestimmt die Schwachstellen würde ich mal sagen sehen! Na? Ja, brauchen wir ja auch! Das hier brauchen wir erstmal nicht! Aber das würde ich mal sagen, brauchen wir! Ja! Und dann 75! Okay! Okay! Zurück! Damit beende ich diese Folge! Und ich hoffe es hat euch gefallen und werde mich auf einen Daumen freuen! Tschüss! 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 Tschüss!